Hallo miteinander und willkommen zurück zu Risen mit Torrin. Weiter geht's. Wir sind bei Meister Cyrus, glaube ich, der uns hier mal kurz einen Vertrag zugeschleust hat. Was machst du überhaupt hier? Und wer zuhör bist du eigentlich? Ich untersuche die Artefakte. Alles, was unsere Rekruten aus den Ruinen bergen, landet hier bei mir. Ich identifiziere dann die magischen Stücke. Kann ich so ein magisches Artefakt haben? Nein. Nicht mal ein kleines? Nein, jetzt jedenfalls noch nicht. Wir reden später darüber. Oh geil. Was ist denn in den ganzen Kisten? Das meiste ist alter Schrott. Silber und Goldschmuck. Nichts von Bedeutung. Nur die wenigsten Stücke besitzen magische Eigenschaften. Kann ich was von diesem nutzlosen Silber- oder Goldzeug haben? Kann ich was von diesem nutzlosen Silber- und Goldzeug haben? Nein, die Schätze gehören dem Orden. Obgleich sie im Moment nutzlos für uns sind, können sie später hilfreich sein, unsere Organisation auszubauen. Mist. Okay, können wir wenigstens handeln? Können wir wenigstens handeln. Hm. Beende zunächst deine Prüfungen. Dann können wir handeln. Bist du sicher, dass er mir die Artefakte einfach so geben kann? Bist du sicher, dass er mir die Artefakte einfach so anvertraut? Gibt es denn einen Grund, warum er das nicht tun sollte? Ich will nur sicher gehen. Du meinst, ich sollte dir jetzt irgendein Losungswort sagen, das du ihm aufsagen kannst? Sowas wie Schwarzer Schirling? Cyrus schickt mich oder Tedrian doch. Ja, Tedrian doch. Das wäre eine Möglichkeit. Hm. Falls er dir nicht vertraut, sage ihm, ich reiße dir den Kopf ab, wenn du ohne seine Artefakte zurückkommst. In Ordnung? Gut. Ich denke, das reicht. Ja, wunderbar. Oh. Ständer. Hm. Interessant. Lagerdraumschlüssel. Okay. Na los. Ist hier oben noch was? Nee. Gut, mein Lagerdraumschlüssel war doch der Schlüssel für den... für den Lagerraum. Den wir hier schon leer gemacht haben. Das sieht ja nicht aus wie in der Fake-Wand, wenn du mich fragst. Aber... Naja. Egal. So. Dann gehen wir mal unauffällig wieder raus hier. Gibt es hier noch irgendwie mehr davon? Es kann doch nicht sein, dass hier einfach nur so ein Ring im Ding streckt. Da weigere ich mich dann zu... Das ist der Ring, oder? Ähm. Okay. Das war jetzt aber nicht irgendwie irgendwas. Verrücktes, komisches. Wer bist du denn eigentlich? Du bist ein Rekrut. Hier, Enzo. Aha. Ein Novize auf der Suche nach Magie. Ganz genau. Und was machst du hier? Und was machst du hier? Ich bin Enzo. Ein bescheidener Novize auf der Suche nach Weisheit. Und? Schon was gefunden? Die vielen Bücher sind sehr lehrreich. Ich rate dir, lies alles, was du finden kannst. Das werde ich. Und ich rate dir auch, versuch nicht die Heilige Halle zu betreten, wenn du keine Erlaubnis hast. Weil mich sonst die Wachen zusammenschlagen? Im besten Fall ja. Im schlimmsten Fall bekommst du obendrein noch Strafarbeiten. Ich muss jetzt stundenlang fegen und kann mich nicht der Magie widmen. Tja, vielleicht findest auch du darin Weisheit. Bestimmt sogar. Okay. Äh. Hey, hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Hey. Hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Nein, Mann. Mit Kraut habe ich nichts zu schaffen. Besorge dir eine Schreibfeder. Okay, cool. Wegen Hemmler, ne? Was kannst du mir über Hemmler sagen? Hm. Einer der Rekruten, nicht wahr? Er wollte mir mal Brauke verkaufen, aber ich habe abgelehnt. Na gut, das haben wir gesehen, dass du da nicht drauf stehst. Okay. Also das ist hier bei ihm. Das hier. Oh, Buchständer, ne? Alchemie-Tisch. Ja, wir könnten nur so ein paar Nettigkeiten machen. Aber. Wir haben ja noch diese eine Quest für den Hafen. Der Runen-Tisch. Der Runen-Tisch ist ein mächtiges Werkzeug. Bla, 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 bla. Oh, hier steht was. Um den Runen-Tisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte Rune in die Vorrichtung. So. Das muss reichen. Okay. Und hier? Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf... Ach, das ist doch alles Quatsch. Lass mal sehen. Dann. Aha. Dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben den vorbereiteten Runen-Tisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Das sind hier, glaube ich, die Anleitungen, wie man das macht, aber ich glaube, wir müssen uns da so erstmal die eigentliche Aufgabe holen, hier bei Ilumar. So, wer bist du denn? Ich bin neu. Hm. Dann bist du sicher hier, um was zu lernen. Ganz genau. Ja, Meister. Ja, Meister. Gut. Dann sollten wir nicht lange warten und direkt mit deiner Ausbildung anfangen. Ich bin Meister Ilumar und dein Lehrer für die hohe Kunst des Spruchrollenschreibens. Bist du bereit? Äh, kann ich die Prüfung ablegen? Wann kann ich die Prüfung ablegen? Wenn du soweit bist. Die Prüfung umfasst das eigenhändige Anfertigen einer Spruchrolle. Wenn du das kannst, bist du bereit für die Prüfung. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Siehst du die Buchständer hier im Raum? Dort findest du die Grundlagen zum Schreiben von Spruchrollen. Lese und lerne. Wenn du verstanden hast, worum es in diesen Büchern geht, komme wieder zu mir. Ich kenne jetzt die Grundlagen. Ich kenne jetzt die Grundlagen. Dann werde ich dich mal abfragen. Wie bereitet man einen Runentisch vor? Man muss den Runenstein einsetzen. Sehr gut. Welche Materialien braucht man für eine Spruchrolle? Einen vorbereiteten Runentisch, eine unbeschriebene Pergamentrolle, eine Schreibfeder und natürlich die Zutaten. Sehr gut. Du hast die Grundlagen gemeistert. Super, kann ich jetzt die Prüfung ablegen? Kann ich jetzt die Prüfung ablegen? Nein, zuallererst musst du dein theoretisches Wissen vertiefen. Klingt spannend. Das ist es auch. Theorie bildet das Fundament jeglicher Forschung. Du tust gut daran, jegliches Wissen aufzusaugen und dir zu merken. Alles klar. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Du hast ja bereits gelernt, dass jeder Spruch seine ganz eigene Zutat braucht. Das ist nicht dein Ernst. Unterbrich mich nicht. Du wirst die Zutaten für alle Sprüche des ersten Siegels der Magie lernen. Das ist deine Aufgabe. Komme anschließend wieder zu mir. Wegen der Theorie. Wo lerne ich? Ja, woher? Hallo? Wie lerne ich etwas über die benötigten Zutaten? Nun, ein Studium besteht zu großen Teilen aus Beobachtung. Du wirst dieses Wissen in Büchern und in den Köpfen der anderen Schüler finden. Wenn du ihnen bei ihren Forschungen hilfst, werden sie sicher ihr Wissen mit dir teilen. Natürlich. Was sind die Sprüche des ersten Siegels? Was sind die Sprüche des ersten Siegels? Wir kennen sechs Zaubersprüche, die auf der Macht der Runen basieren. Also höre. Das magische Licht und die geringe Heilung sind die Grundzauber für jeden Magier. Die Telekinese und die Verwandlung in die Nautilus sind die mächtigsten Sprüche. Und dann gibt es noch die Illusion und den Witz. Sagtest du Witz? Ja. Es ist ein Zauberspruch. Die genaue Wirkung der Zauber wirst du noch kennenlernen. Jetzt ist es Zeit, die benötigten Komponenten zu lernen. Okay. Also gut, dann packen wir hier die Jungs, ne? Jarvis. Hi, ich bin Jarvis, Rekrut der Inquisition. Ich schätze, du bist nicht freiwillig hier. Da hast du wohl recht. Zwangs rekrutiert. Auf Anordnung des Inquisitors. Okay. Äh, wieso bist du rekrutiert worden? Wieso bist du rekrutiert worden? Ich habe zusammen mit Cole Wölfe gejagt, als eine Patrouille der Weißen vorbeikam. Er konnte noch abhauen, aber mich haben sie gekriegt. Du bist Jäger? Ja, aber ob ich mit dem Bogen umgehen kann oder nicht, das interessiert hier keinen. Stabkampf soll ich lernen und Magie. Gut, dann versuche ich das halt. Warum nicht wahr? Kannst du mir was beibringen? Ich weiß nicht, ob den Meistern das gefallen wird. Ach Quatsch, das interessiert niemanden. Aber ich muss diese Spruchrollen verstehen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Das wäre gut. Weißt du, es würde mir schon reichen, wenn du mir ein paar Sachen besorgst, damit ich hier weiterkomme. Was brauchst du? Nicht viel. Eine Spruchrolle der Illusion und zwei leere Pergamentrollen. Und dafür bringst du mir bei, was du weißt? Ja. Alles, was ich übers Bogenschießen, Schleichen und die Jagd weiß. Okay, ich brauche die Zutaten für die Sprüche des ersten Siegels. Ich brauche die Zutaten für alle Sprüche des ersten Siegels. Oh Mann, diese Informationen werden besser gehütet als die Spruchrollen selbst. Ich kenne nur die Zutat für den Zauber Licht. Was brauche ich für den Zauber Licht? Du brauchst ein paar Goldstücke. Ist das dein Ernst? Goldstücke? So steht's geschrieben. Ich habe es nur durch Zufall in einem Buch entdeckt. Wenn du alle Zutaten rausfinden willst, kann das ganz schön lange dauern. Ich kann dir nur raten, frage die anderen Novizen und lies jedes Buch, das du finden kannst. Das werde ich mir merken. Danke. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen. Ich beschäftige mich noch mit den Grundlagen der Spruchrollenschreiberei. Versuch's mal mit den Buchständern in der Schule. Danke. Werde ich tun. Okay, cool. Aber das hier ist... Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. So, Erla. Ich bin Erla. Haben sie dich auch erwischt? Oder bist du freiwillig hier? Äh, ich habe mich freiwillig gemeldet, ja. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Gute Entscheidung. Das hätte ich damals auch tun sollen. Was meinst du? Ich habe mich natürlich erst mal versteckt. Sie haben mich dann aber doch gekriegt. Als ich dann hier war, habe ich erkannt, dass das alles halb so schlimm ist. Der Orden sorgt für uns und bildet uns sogar aus. Wahrscheinlich ist der Orden das Beste, was mir passieren konnte. Okay. Was ist deine... Oh. Hast du einen guten Witz? Das ist so riskant. Oh. Okay. Was ist deine Aufgabe? Ich versuche als Krieger in den Orden aufgenommen zu werden. Ich will Magier werden. Dann steckst du wahrscheinlich auch mitten in den Prüfungen. Ich komme mit Illomas Prüfung einfach nicht weiter. Du weißt nicht zufällig, welche Zutat man für eine Spruchrolle Nautilus braucht? Nein. Hm. Wenn du es rausfindest, sag mir Bescheid. Vielleicht können wir ja unser Wissen teilen. Okay. Welche Sprüche kennst du denn schon die Zutaten? Für welche Sprüche kennst du denn schon die Zutaten? Ich kenne die Zutaten für die Zauber Witz und Telekinese. Okay. Kannst du eine Ahnung, wer mir noch Zutaten verraten kann? Hast du eine Ahnung, wer mir noch Zutaten verraten kann? Hm. Jervis und Ash kannst du mal fragen. Oder du siehst dich mal in der Bibliothek um. Ansonsten frag Enzo. Er weiß eine ganze Menge. Hast du ihn noch nicht gefragt? Wir haben Zoff. Hm. Warum hast du einen Zoff mit dem? Warum hast du Zoff mit Enzo? Lange Geschichte. Um es kurz zu machen, ich habe mal was genommen, was ihm gehörte. Du bist ein Diebe, ja? Er mag keine Diebe. Ich wusste nicht, dass es sein Truthahn ist. Er hat ihm den Truthahn geklaut. Truthahn? Ihr streitet euch wegen eines Truthahns? Weißt du, wie schwer es ist, hier an einen Truthahn zu kommen? Ziemlich schwer, nehme ich an. Genau. Wenn es einfach wäre, hätte ich ihm schon längst einen gegeben. Dann wäre die Sache aus der Welt. Alles klar. Wenn ich einen Truthahn finde, bringe ich ihn dir. Wenn ich einen Truthahn finde, bringe ich ihn dir. Das wäre nett. Allerdings habe ich da wenig Hoffnung. Lass das mal meine Sorge sein. Woher zum Teufel? Das ist zu riskant. Bekommen wir hier bitte einen Truthahn? Okay. So, äh, ich könnte ihn ja trotzdem fragen. Äh, ich mache gerade meine Prüfung bei Meister Illumar. Ich mache gerade meine Prüfung bei Meister Illumar. Da sitze ich auch noch dran. Deshalb wollte ich ja auch in die Heilige Halle. Was gibt es in der Heiligen Halle? Ein paar Buchständer. Ich hatte gehofft, dort herauszufinden, welche Zutat man braucht, um eine Spruchrolle Illusion herzustellen. Kennst du die Zutat für eine Nautilus-Spruchrolle? Kennst du die Zutat für eine Nautilus-Spruchrolle? Ja. Wieso? Ich brauche sie für meine Prüfung. Was bietest du? Keine Ahnung. Was willst du haben? Gold? Nein. Ich will die Zutat für Illusion. Besorge du dir die Info, dann verrate ich dir, was ich weiß. Okay. Du hast Streit mit Erlan. Du hast Streit mit Erlan? Streit? Nein. Ich habe ihn beim Klauen erwischt. Mit Dieben will ich nichts zu tun haben. Er wusste nicht, dass sein Truthahn an dir gehörte. Er wusste nicht, dass sein Truthahn an dir gehörte. Wenn es ihm wirklich leid tut, hätte er mir einfach einen neuen Truthahn bringen sollen. Okay. Truthähne. Tja. Sieht nicht so aus, als würde ich hier auf die schnellen Truthahn auftreiben können. Ähm. Das da hinten ist... Ich darf hier gar nicht hin, oder? Ignatius? Darunter geht's noch. Ignatius. Ich bin Meister Ignatius. Deine Grundausbildung hast du nun hinter dir. Aber Großes liegt noch vor dir. Du willst mich prüfen? Ich will, dass du lernst. Unsere Prüfungen helfen dir nur dabei. Komm. Ich will dir etwas zeigen. Okay, boy. Also, was geht ab? Yo. Bro. Okay. Bist wohl ja der stille Typ, hm? Ja. Ja. Gut, gut. Was ist so? Das ist nochmal... Ah. Das ist ein zweites Stoffwerk. Hier schlafen wohl die ganzen Magier. Na gut. Da sollten wir uns umschauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Hehehe. So. Das ist hier was? Die Bibliothek. Vermutlich. Was hast du mit mir vor? Das hier. Das ist die Bibliothek. Hier wirst du lernen. Weisheit findet sich in Büchern und alten Steintafeln. Welch ein Ort wäre wohl besser zum Lernen geeignet, als eine Bibliothek? Ich erwarte von dir, dass du alle Bücher liest. Wenn du glaubst, bereit zu sein, sprechen wir weiter. Okay. Alter Buchständer. Hier. Aha. Über Spruchrollen und Zutaten. Aha. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Also wir speichern mal kurz, weil hier ist nämlich noch eine Schatztruhe. Und nochmal von vorne. Okay. Und nochmal. Der Titel hier ist abgebrochen. Oh. Okay. Cool. Die Illusion erschaffen. Oh diebische Ratte, ich mach dich fertig. Was? Was? Was ist los mit dir, Rufus? Hier, dumm Köpfe. Oh, du bist ein Bestmann. Ich kann dich gar nicht töten. Das ist natürlich schlecht. Dann laden wir lieber nochmal neu. Okay. Okay. So. Jetzt aber ganz schnell hier. Was? Der ist gerade hier reingelaufen, der Typ. Deswegen. Ich hoffe, du lernst was daraus. Ja, 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 klar lerne ich was daraus. Ich lerne daraus, dass ich warten muss. Ja, ich lerne daraus, dass ich warten muss. Der kommt nämlich hier rein, ha? Ja, ja, ja. Ist schon klar. Wir lesen mal kurz hier. Hm. Interessant. Na los, Junge. Geh weiter. Wir speichern mal. Warum das hinter deinem Rücken war? Geh doch. Na? Du hast dir aber nicht mehr so schlau vor, ha? Okay, das kann ich nicht lesen. Ich würde gerne an diesem Buch stehen, da. Äh. Was machst du hier? Was machst du hier? Wenn ich nicht gerade arbeite, suche ich ein Buch. Was für ein Buch? Weisheit im Kampf. In dieser Festung soll es eigentlich ein Exemplar davon geben. Ah. Welch ein Glück. Mach doch mal eine Pause. Mach doch mal eine Pause. Du willst lesen? Na schön. Eine Pause kann nicht schaden. Äh. Machst du sonst noch was außer lesen? Machst du sonst noch was außer lesen? Schreiben. Du schreibst Bücher? Nein. Spruchrollen. Ich muss dafür sorgen, dass der Orden immer genug Spruchrollen der Heilung in seinem Arsenal hat. Also, wenn ich gerade nicht hier bin, findest du mich in unserer Kammer am Schreibpult. Ansonsten trainiere ich meine Stärke und den Umgang mit der Armbrust. Armbrust? Aha. Es ist nicht die Waffe, die wir benutzen sollen, aber ich bin verdammt gut. So gut, dass du mich trainieren kannst? Für dich wird's reichen. Was soll das heißen? Äh, kannst du mir die Komponente... Genau. Wenn er die Heilungsdinger schreibt, dann müsste er was wissen, wa? Kannst du mir die Komponente für geringe Heilung verraten? Ich weiß nicht. Ich könnte schon, aber wofür brauchst du sie? Schließlich gehörst du ja noch nicht zu uns. Ich brauch die jetzt einfach für die Prüfung. Ich brauche die Zutaten für Elomas Prüfung. Hm. Dann gehörst du sozusagen fast zu uns. Pass auf, ich suche Weisheit im Kampf. Wenn du mir das Buch bringen kannst, erkläre ich dir alles über die Spruchrollen. Hier ist das Buch. Hier, ich hab dieses Buch. Du erstaunst mich. Wo hast du's her? Vom Friedhof. Vom Friedhof. Da kann ich es ja auch nicht finden. Was macht es denn auf dem Friedhof? Sie sammeln dort viele Artefakte und altes Wissen. Verstehe. Ich werde es in die Bibliothek stellen, wenn ich es gelesen habe. Dann geht es nicht verloren. Du hast was gut bei mir. Ja. Was brauche ich, um eine Spruchrolle der geringen Heilung zu schreiben? Wir hatten einen Deal. Das ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Heilkraut. Oh. Ja, macht irgendwo Sinn, wahr? Was kannst du mir beibringen? Armbrust, wahr? Armbrust. Nach der Spannzeit wird es schneller. Dann findet es los, wenn wir ein Armbrusten. Ja, aber ich meine ernsthaft gesagt. Ob uns das was bringt? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Sehr viel Weisheit, so. Ringe. Und ein weiterer Zugang öffnet sich. Wo könnte Magder führen? Mathematisches Speichern. Okay. Irgendein verlassener Bibliotheksflügel, wahr? Geld schafft. Hui. Okay. Schreibpult. Schwein magische Heilung. Was ist das hier? Noch ein Ring. Okay, diesmal ist es kein Zauberding. Schlüssel. Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Okay. Hm. Ist mal noch eine Bank hier in der Tür. Nochmal ein Buch. Sehr schön. Ein Buch. Einfach so. Einfach so ein Buch. Von der Runenmagie. Okay. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich hier sein sollen, ehrlich gesagt. Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Cool. Und sonst? Das ist Alkohol der Levitation. Eine Truhe. Ach. Und nochmal. Jawohl. Ja, wer hat denn... Wer soll denn da drauf kommen? Magischer Schutz. Also, hier kann man doch nochmal lesen. Die Kunst des Levitierens. Der Magier versetzt sich in einen Zustand der Schwebe. Er bewegt sich nur mit der Kraft des Geistes. Solange er sich konzentriert. Auch Höhen lassen sich so überwinden. Allerdings erfordert dies mehr Konzentration. Okay. So heißt es, wir können da wahrscheinlich runterlevitieren. So, was ist hier? Alchemitisch. Ansonsten nichts, oder? Hm. Okay. Geh mal hier rüber. So, was gibt es denn hier? Nicht das... Eine Truhe erstmal. Äh, ist es diesmal vielleicht... Nein. Und nochmal von vorne. Und nochmal. Zack, zack. Zack, zack. So. So, da kann man so viele Titel hier in der ganzen Menge Spruch rollen. So, noch ein Buch. Über Telekinese. Ah. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie. Um Gegenstände aus großer Entfernung zum Magier hin zu bewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Was ist das hier? Ja, Telekinese. Ja, Telekinese. Ah. Schalter drücken. Okay. Cool. Schön. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist derselbe Raum wie vorher auch, ja. Kristall. Äh, ne, ich will mich da nicht hinsetzen. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Okay, da unten ist ja so ein... Da könnte man mit einem Nautilus durch. Aber warte mal. Das war Dürrüber-Levitation. Was ist das hier? Mehr Weisheit. Hm. Interessant. Ja. Nochmal Buchständer. Perfekt. Hier steht etwas über Magie. Und das hätte ich mit der Weisheit. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch mal mehr Mana auch bekommen. Interessant. Mana 60, Weisheit 53. Ich weiß aber nicht, wovon das versteht der magischen Siegel. Das heißt eigentlich viel. Ja, 60. Ist halt eigentlich auch nicht viel, ne? Das müssen wir noch steigern mit der Zeit. Hier steht etwas über Magie. Magie. Oh, lecker. Der Text handelt von magischen Sprüchen. So. Äh, ist eine Tür. Das ist unmöglich. Da komme ich nicht rein. Hier ist ein Ring. Kann ich den benutzen? Ne. Noch ein Buchständer. Hm. Interessant. Da ist nochmal ein Ring. Wir gucken gleich mal. Hier steht etwas über Magie. Irgendeiner muss doch gehen. Ja. Okay. Höh. Äh. Ein Skelett. Fuck. Ähm. Sind Sie nicht da, ob Sie was vorbereitet? Oh, das war doch. Keine Ahnung, wie stark die sind, ehrlich gesagt. Naja, wir machen es wirklich nicht viel Damage. Oh. Ja. Nehmen wir in den Fokus, bitte. Hä? So stark scheint es nicht zu... Äh, jetzt... Naja. Ja. Ja. Ich glaube, wir sind halt auch nicht besonders stark. Das machen wir nicht wie Schaden. Ja. Wir sind einfach viel zu schwach. Und Stärke... Also Stärke wärt technisch. Auch schon. Einmal noch. Jawoll. Das Skelett ist tot. Das Schwert gehört uns. Das Schwert gehört uns. Das Schwert gehört uns. Das Schwert gehört uns. So. Ich muss sich leider niesen. Magisches Geschoss. Cool. So. Buchständer. Hier steht etwas über Magie. So mehr Weisheit, umso besser. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Also gut. Äh, jetzt müssen wir mal gucken. Die... Da oben hatten wir ja... Levitation. Heißt in Klartext, wir werden da gleich mal... Hm. Vielleicht erst mal da runter. So. Gut. Äh. Ernsthaft jetzt? Nee. Was ist das denn für eine komische Scheiße gewesen gerade eben? So. Wir sind unten. Jetzt aber richtig. Ja. Gut. Buchständer erst mal lesen. Hm. Interessant. Noch mehr Weisheit und eine Truhe. Und nochmal von vorne. Okay. Wohl etwas schwieriger. Der Dietrich ist hin. Äh. Der Dietrich ist hin. Ach scheiße. Jetzt müssen wir es wieder so rum. Ja. Okay. Ach so wieder Trunen. Das hat sich dazu wieder gelohnt. Aber massiv. Sag ich mal. Gut. Jetzt geht es hier rüber. Das ist unmöglich. Wieso ist das unmöglich? Was willst du mir damit sagen? Mit dem Willen des Magiers lässt sich jedes Schloss öffnen. Ah. Nur mechanische Schlösser, egal wie kompliziert sie sind. Stimmt ja. Hab ich völlig vergessen. Das ist natürlich ganz cool, ne? So. Okay. Gut. Jetzt. Moment. Da oben müssen wir hin, glaube ich, ne? Da könnte man doch natürlich auch rüberfliegen, oder? Mal gucken. Ich glaube, so war das irgendwie. Irgendwie rüberfliegen. So. Wie der Genie auf dem magischen Teppich. So. Oh, und damit sind wir drüben. Jetzt fehlt auch nur noch eine Sache. Ich glaube, ich glaube, Nautilus müsste jetzt noch irgendwie hier dran sein. So. Dann noch ein Buchständer. Der Nautilus. Verwandlung in eine Nautilus. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. So was. Der Magier kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. Können wir sich, glaube ich, bei den Gothic-Spielen auch in diverse andere Viecher verwandeln. Leider nicht in den Gürger. Das wäre ja noch schöner. So. Miep, miep. So. Okay. Ich glaube, dann haben wir ja alles hier unten, oder? Oder? Oh, da kann man nicht noch woanders hin. Ich weiß es nicht. Wir werden mal... Wir werden uns mal hier umschauen. Oh, ich nehme die dumm. Ich glaube, der magische Kristall, der macht, glaube ich, alle Magie kaputt. Ah, warte mal. Da ist noch eine verschlossene Tür. Kann es sein, dass... man da irgendwie von hier aus reinkommt? Vielleicht? Vielleicht irgendwie? Nein. Nicht von hier aus. Wenn wir runterfallen, verfallen wir uns wieder. Vielleicht müssen wir da in den Gang rein. Vom Gang aus vielleicht. Irgendeinen Kniff gab es da. Einfach hier nichts Direktes. So. Vielleicht fand ich hier aus irgendwo. Ein... Tja, ist die Frage, ist das schon alles, was wir hier erledigt haben? Man kann es nicht wirklich wissen, oder? Das geht auf jeden Fall nicht auf. Warte mal, da ist noch ein... Ne, den Denker hat man schon gezogen. Ähm. Ja. Ich denke, dass es das dann war, oder? Na gut. Ich würde sagen, wir machen die nächsten Folge weiter. Ich abstehe mich. Macht es gut. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Euer... Toll. Ganz genau. Ja.